Herzlich Willkommen auf mein Kanal Marcel Lass Wie ihr schon seht sind wir hier in der 1.8.8 und wir spielen hier wie es sich zu Zeiten der EM gehört natürlich Fußball ja ich will spielen, wo kann ich spielen? Nein, nichts drin ich will spielen Rank Events nicht, ich will da, da will ich einen! komm hallo, ich will da rein, hallo, ich will spielen hallo, ich will auch hier nur spielen da 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 Dance Tracks warte mal komm ich zoom komm wir mal bei deutsches soo sind wir hier jetzt auch schon im Spielfeld jetzt kann man ja spielen hallo 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 das ist einfach Fußball im Spielfeld in der ganz alten Version komm hallo hallo Hau aufs Maul! Oh, ich will den umgrätschen. Egal. Kein Ding, ich weiß, dass wir das aus dem Toro machen sollen. Ach so. Komm! Oh nein! Oh nein, hallo? 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 Und bin ich traurig. Ich geh. Polen! Oh, Gafel, ich sponisch. Cool. Töp, 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 töp. Go, 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 go! Oh, 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 oh. Go. Go, van. Ja, 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 ja. Ja, wenn man Wenn man hier einfach mit bei Englern schreibt, einfach so ehemäßig Warum ballern ist, äh komm her, kann du, kann du, komm her Komm her, komm her Einfach drauf in die Boxen, es passt schon, oder? Komm, komm Hallo, hallo Komm her, komm her Okay, wir sind hier grad, sieben Player So, komm Komm, Attacke Den hole ich mir Komm Wer spürt jetzt aus, der Franzose? Hallo, hol du So So Let's go Go, 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 Poland, France F.A. Oh, er ist ja F.A. So Und so Leute, jetzt kommen wir zum Ende des Videos und noch ein kleines Fazit Fußball Profil in Minecraft werde ich, glaube ich, keiner Also das sind wir schon mal klar Und der 1.8 1.8.8 ist auch so eine Version, wo man sich Weiß ich nicht, ob die noch so geil ist Weil das Problem ist, ich spiele halt immer in der Neuesten Deswegen kann ich mit der jetzt schlecht umgehen Vielleicht hab ich auch einfach das System von Fußball gerade eben nicht verstanden in dem Minecraft Projekt Kann auch sein Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder So Und ich würde sagen Ciao Leute Wuhu